Der Dachdecker Oder decken Dachdecker Dächer? Klassentreffen der Potsplitzschule. Anna, Benni und Felix sehen sich nach Jahren wieder. Aufgeregt sprechen sie über ihren Start ins Berufsleben. Felix hat eine Dachdeckerlehre abgeschlossen. Seine Freunde staunen nicht schlecht, als sie diesen Beruf näher kennenlernen. Der Beruf bringt tägliche Herausforderungen mit sich. Bei der Planung, beim Disponieren und in Abstimmung mit den anderen Gewerken. Moderne Technik vereinfacht Felix den beruflichen Alltag. Gearbeitet wird auf hochsicheren Gerüsten. Und die Kollegen sind immer für einen da. In der Ausbildung lernt Felix modernste Werkstoffe kennen. Da geht es um Dachtechnik, Wandtechnik oder Abdichtungstechnik. Und auf Messen informiert er sich über Neuheiten aus der Dachdeckerbranche. In der Zukunft möchte Felix einen eigenen Dachdeckerbetrieb leiten. Ein Ziel, das in der Dachdeckerbranche sehr realistisch ist. Benni ist immer noch auf der Suche nach seinem Traumberuf. Für ihn ist klar, den Dachdeckerberuf muss er näher kennenlernen. Er schwelgt bereits in Gedanken. Deine Ausbildung zum Dachdecker oder zur Dachdeckerin. Fachkraft für Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik. Natürlich bei einem Unternehmen der 100-Top-Dachdecker-Kooperation. Interessiert? Dann sprich uns an. Wir bringen dich auf Zukunftskurs. Wir bringen dich auf Zukunftskurs.